In diesem Spiel spielst du Lynn Graves, eine junge Abenteurerin, die das Herrenhaus ihres Onkels besucht und dort feststellt. Dass es von Geistern und Monstern heimgesucht wird. Dein Ziel ist es, deinen Onkel und deine Freunde zu retten, sowie die bösen Geister zu vertreiben. Das Spiel hat eine anständige Grafik und eine tolle Atmosphäre mit einer isometrischen Ansicht und einem Rogue-Like-Gameplay. Die Hausaufteilung ändert sich mit jedem Durchgang und jeder Raum hat ein anderes Ziel. Finde Schatztruhen, die Power-Up, Heilgegenstände oder Bargeld und Juwelen enthalten. Mit den gesammelten Juwelen kannst du deine Gesundheitsausdauer und Geräuschreduzierung verbessern. Das Spiel legt großen Wert auf Tarnung. Schalte Laternen aus, um das Schleichen zu erleichtern. Allerdings machst du immer noch etwas Lärm, wenn du dich bewegst, und die Geister reagieren darauf. Du kannst einige Geister mit einem Schuss erledigen, wenn du dich an sie anschleichst, aber andere sind stärker und werden dich jagen. Es gibt auch verschiedene Fallen und Gule, die die Herausforderung erhöhen. Das Spiel ist nicht ohne Mängel, da die isometrische Ansicht die Navigation und das Tarnen erschweren kann, insbesondere wenn Hindernisse oder Feinde im Weg sind. Wenn du von einem Geist entdeckt wirst, lauf um dein Leben. Es ist schwer, sie abzuhängen, und du musst möglicherweise die Beine in die Hand nehmen. Das Spiel hat auch einen zähen Start, da es eine Weile dauert, genug Juwelen für Upgrades zu bekommen. Die Steuerung ist nicht sehr anpassbar und in einigen Räumen gibt es Gule, die nicht sterben wollen. Haunted House ist ein unterhaltsames und süchtig machendes Spiel, das ein gutes Stealth-Pestle-Erlebnis bietet. Es verfügt über eine fantastische Grafik und einen großartigen Spielstil mit einem rog-like Gameplay, das herausfordernd bleibt. Außerdem gibt es einige Probleme mit der Ansicht, dem Schwierigkeitsgrad und dem Fortschritt. Aber sie ruinieren das Spiel nicht. Ich würde dieses Spielfans des ursprünglichen Atari-Spiels oder jedem empfehlen, der Stealth-Spiele mit einem gruseligen Touchmark. Vielen Dank, dass du dir unser Review zu Haunted House angesehen hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir ein Like und abonniere den Kanal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.